Also gut, zuerst mal analysieren. Also, ich wurde angeschossen. Als Folge davon bin ich hier gelandet. In dieser Dystopie. Mein Hirn leidet unter einem sehr schweren Trauma und verschwendet nicht die Kraft darauf, Figuren zu erschaffen, die ich nicht brauche. Also muss alles und jeder hier wichtig sein. Das heißt, Ihr Hirn hat Sie für ein paar Rätselfragen gestellt. Ihren Beantwortung könnte... ...der beste und schnellste Weg zu meiner Gesundung sein. Wie Sie alle wissen, erwarten wir einen neuen Detective Inspector. Hey, wer hat denn nur den Polizei aus... Willkommen an Bord, Inspector. Ich bin nicht nervös, ich bin nur vorsichtig. Egal, denn mich interessiert Durst Arthur Layton, weil er womöglich der mentale Auslöser ist, der mich wieder aufwenden kann, okay? Sie bleiben jetzt eine ganze Weile in Haft. So sehr es mir auch wehtut. Das alles könnte vom Richter doch eventuell nicht ganz ausreichen. Der könnte die Idee haben, ein paar Beweise sehen zu wollen. Mein Name ist Alex Drake. Ich bin von einer Kugel getroffen worden und bin im Jahr 1981 erwacht. Ich bin vielleicht eine Sekunde vom Leben entfernt oder eine Sekunde von meinem Tod. Sicher ist nur, dass ich kämpfen muss um mein Leben. Darum, meine Tochter wiederzusehen. Darum, wieder nach Hause zu kommen. 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 Weitere Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017